Super schönes Ambiente hier bei der Firma Bühler. Schön, dass wir hier sind. Wir haben gewonnen, natürlich absolut verdient aus unserer Sicht. Nein, es ist uns gelungen, die Innovation an die Leute zu bringen. Es ist eine Teamleistung am Schluss. Wir haben ein grosses Team an der Heide-Firma, die hier einen Beitrag geleistet hat. Wir hoffen jetzt, dass die Strahlkraft dort haben, auch dass unsere Kunden davon profitieren können. Für mich war es unglaublich spannend, um die verschiedenen Innovationen kennen zu lernen. Wie vielseitig wir hier in unserer WPO-Region unterwegs sind, hat mich wahnsinnig beidrückt. Gleichzeitig habe ich unglaublich viel gelernt. Und was mich begeistert, ist so wirklich die teilweise sehr jungen Berufsleute zu sehen, die mit Leidenschaft und Herzblut ihre Innovationen präsentieren und bis ins Ausland verkaufen. Also es war extrem spannend und kann jeden nur auffordern oder motivieren, um so einen Anlass auch mal zu besuchen. Es war mega cool, dass wir teilnehmen durften, mega viele neue Lückenen geerntet können. Und es war mega cool, dass wir mit unserem Innovativ, mit EMATUS, wirklich an einem grossen, breiten Publikum präsentieren durften. Für uns als Unternehmen ist es sehr spannend, dass der WPO hier bei uns stattfindet, jetzt seit vier Jahren mittlerweile, weil auch mehr können so mit Unternehmen zusammenarbeiten und so weiter in Kontakt knüpfen. Ich nehme mit, dass es hier in der Auschwitz sehr innovative Unternehmen gibt. Die Auschwitz hat ja eher einen verstaubten Charakter. Aber wenn man hier ist, am WPO, sieht man, dass es hier viele Unternehmen gibt mit super Ideen. Und das nehme ich mit, weil das motiviert unglaublich und macht unsere Region stärker. Möge Möge Untertitelung des ZDF, 2020